Die Salzwiesen nahe des Olympiastützpunktes Kiel-Schilgsee. Hier geht es hektisch zu, der Audi-Trailer-Service ist in vollem Einsatz. Wir sind dafür da, dass die Segler ihre Boote in den Hafen geschuttelt bekommen. Sie geben die Boote hier vorher bei Anreise ab. Wir übernehmen den Trailer, registrieren den und fahren den dann zur gegebenen Zeit an den Nordkran oder in die Slip-Anlage, je nachdem, wo der Segler das Boot benötigt. Student Tillmann arbeitet als einer von 25 Fahrern für den Audi-Trailer-Service und verdient sich ein bisschen was für das Studium dazu. Diesen Trailer-Service bietet Audi den Segnern exklusiv und kostenlos an. Dafür stellt der Premium-Partner der Kieler Woche eines der Top-Modelle aus der aktuellen Fahrzeugflotte zur Verfügung. Aktuell haben wir hier 25 Audi Q7. Das sind 3 Liter TDI-Motoren. Die haben ein pneumatisches Fahrwerk, haben verschwindende Kameras. Gerade dieses Fahrwerk und die Kameras hinten, vorne, verschiedene Blickwinkel ermöglichen das Fahren mit den Trailern in besonderer Art und Weise. Durch den Quattroantrieb und die 245 PS, die das Fahrzeug hat, ist eigentlich in jeder Lebenslage genug Leistung da, um auch die großen Trailer, die bis zu 3,5 Tonnen wiegen können, das darf das Fahrzeug ziehen, von Ort und Stelle woanders hinzubringen. Tillmann erreicht mit seinem Trailer die Zufahrt zum Olympia-Hafen Schilgsee. Hier erfordert das Ziehen des langen Trailers besondere Aufmerksamkeit. Gerade hier an dieser Stelle, wo wir in der Einfahrt zum Hafen sind, die Unterführung, haben wir natürlich diese Schräge, die man hier sieht. Und gerade da ist es wichtig, darauf zu achten, dass einmal, wie man oben erkennen kann, die Masten der Boote nicht aufs Dach von den Autos schlagen und im zweiten Punkt, unten nachher in der Senke, dass die Trailer nicht aufsetzen. Auf dem Gelände des Olympia-Hafens Schilgsee herrscht ein munteres Treiben. Hier ist natürlich wichtig, dass man die Fußgänger im Auge behält, dass halt hier immer eine Verkehrsregelung ist. Der Kollege hier drüben achtet dann darauf, dass die Trailer hier trotzdem zügig durchkommen und man die Fußgänger nicht gefährdet. Tillmann arbeitet schon zum vierten Mal für den Audi-Trailer-Service. In den neun Tagen der Kieler Woche bewegen er und seine Kollegen knapp 1000 Trailer von den Salzwiesen zum Hafen und wieder zurück. Das Geheimnis ist einfach Ruhe behalten, keine Hektik aufkommen lassen und den Job erledigen.